Servus Camper, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute geht es um Fahrzeugsicherheit, genauer gesagt um dieses kleine Teil hier. Nennt sich Bier-Log und ist eine mechanische Gangschaltungssperre. Wozu brauche ich sowas? Na ja, ganz einfach. Wenn jemand euer Fahrzeug klauen will, ist es zwar ganz nett, wenn ihr Alarmanlagen und alles mögliche habt und elektronische Wegfahrsperren und was es alles so gibt. Sowas lässt sich aber für den Profi relativ einfach mitunter überwinden. Was mechanisch ist, ist da schon ein bisschen schwieriger, weil da kann man nicht den Computer anstecken und das Ding irgendwie trotzdem starten oder so, weil mechanisch diese Sperre eben verriegelt, dass ihr, wie jetzt in dem Fall von dem Auto, das Automatik, dass ihr den Automatikhebel auf D stellen könnt und somit losfahren könnt. Und das ist natürlich eine total praktische Sache. Schauen wir uns mal ein bisschen genauer an. Hier liegt der Bier-Log erst einmal noch uneingebaut auf dem Tisch im Wohnmobil. Ich zeige euch einmal kurz den Mechanismus. Mit einem Schloss bzw. Zylinder verriegelt, fährt ein kleiner Bolzen aus, der später verhindern soll, dass man den Gang einlegen kann. Den Einbau zeigen wir euch hier nicht. Dies muss bitte bei einem Bier-Log-Einbaupartner durchgeführt werden. Schaut da einfach mal auf der Homepage des Herstellers vorbei. Den Link packe ich euch unten in die Videobeschreibung. Was hier trotzdem zu erwähnen ist, das System wird mit Abreisschrauben montiert. Das heißt, der Kopf der Schraube reißt nach einem bestimmten Punkt ab und man kann somit nicht einfach mit einem Schraubenschlüssel das Ganze wieder aufdrehen und ausbauen. Dass ein Dieb das System ausbaut, erachte ich sowieso als eher unwahrscheinlich. Ich denke, da klaut er lieber ein anderes Wohnmobil, wo kein Bier-Log eingebaut ist, weil es doch ganz schön Arbeit ist. Hier sieht man dann auch nochmal, was da im Innenraum dann letztlich wirklich passiert. Man kann ja im Normalfall ganz normal schalten, wenn das System quasi nicht aktiviert ist, also der Bolzen nicht ausgefahren ist. Wird das System aber dann verriegelt und der Bolzen fährt aus, dann verhindert der, dass man quasi mechanisch den Gang einlegen kann, weil der sich einfach dagegen sperrt. Das Ganze ist übrigens auch TÜV geprüft, nur mal so noch nebenbei erwähnt. Im eingebauten Zustand sieht man dann letztlich lediglich nur noch den Zylinder und alles andere ist ja dann wieder verdeckt. Und da funktioniert das Ganze natürlich auch wieder so. Ich kann also quasi, wenn ich das Ganze verriegele, hinterher letztlich nicht mehr den Gang einlegen. Wenn ich das Ganze aufsperre, kann man den Gang schon wieder einlegen. Ich habe das jetzt ein paar Monate lang bei mir getestet. Jeden Tag funktioniert einwandfrei. Meistens ist es mir passiert, dass ich einfach vergessen habe, dass ich das Ganze zugesperrt habe, habe den Motor gestartet und dann gemerkt, verdammt, ich kann den Gang ja gar nicht einlegen. Aber da kommt man auch nach und nach dann drauf. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt gerne einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal und diskutiert mit mir in den Kommentaren über das Thema Gangschaltungssperre. Würde mich freuen. Was haltet ihr davon? In diesem Sinne bis zum nächsten Mal. Euer Andi.